Anfang August vor 75 Jahren wurden die Städte Hiroshima und Nagasaki durch Atombomben der US-Truppen zerstört. Unser Zuschauer René Osselmann nahm dies zum Anlass und verfasste folgenden Text. Schon vergessen? Scheußlich, grässlich, zum Massenmord bereit. So lagern sie zu Tausenden und warten auf ihre Zeit. Hiroshima und Nagasaki, schon vergessen? Oder warum spielt ihr immer noch mit der Welt? Atomwaffen können unser aller Leben fressen. Kommen sie zum Einsatz, ist es zu Ende? Da hilft kein Geld. Scheußlich, grässlich, zum Massenmord bereit. So lagern sie zu Tausenden und warten auf ihre Zeit. Hiroshima und Nagasaki, schon vergessen? Oder interessieren hier nur globale Interessen? So setzt ihr unser aller Leben hier auf das Spiel. Rüstet auf, ist das nicht bescheuert und skurril? Scheußlich, grässlich, zum Massenmord bereit. So lagern sie zu Tausenden und warten auf ihre Zeit. Ich frage, was habt ihr eigentlich so an Interessen, wenn Menschen sterben, durch diese tödlichen Waffen? Scheußlich, grässlich, zum Massenmord bereit. So lagern sie zu Tausenden und warten auf ihre Zeit. Wollt ihr wirklich die Erde in Flammen sehen? Oder warum muss es Atomwaffen eigentlich geben? Ihr habt aus der Geschichte wohl nichts gelernt. Wollt ihr wirklich, dass wir am Ende dann so sterben? Scheußlich, grässlich, zum Massenmord bereit. So lagern sie zu Tausenden und warten auf ihre Zeit. Hiroshima und Nagasaki, schon vergessen? Sie haben halt nur ihre eigenen Interessen. So spielen sie mit uns und unserer schönen Welt. Haben vergessen, dass man nicht essen kann, das Geld. Scheußlich, grässlich, zum Massenmord bereit. So lagern sie zu Tausenden und warten auf ihre Zeit. So haben sie niemals das Leben auf unserer Welt verstanden. Abrüstung ist doch hier das Gebot und das in jedem Lande. So rüsten sie weiter auf und das ist leider nun wahr. Hiroshima und Nagasaki ist vergessen und das ist wahr. So haben sie wieder auf und das ist leider noch nicht mehr. Vielen Dank.